Das ist normal bei uns. Das ist normal. Ganz große Klasse. Hervorragend. Vor 14 Tagen noch draußen gesessen, fast im T-Shirt, im herrlichsten Sonnenschein, im Biergarten. Und jetzt dieses weiße Gerümpel wieder, sag ich mal. Und wenn es so weitergeht, haben wir eine weiße Weihnachten. Da freue ich mich schon drauf. Also ich sag mal so, die warmen Getränke gehen zurzeit wieder etwas besser. Winterreifen gewechselt, hochgefahren, Schnee mitgenommen, nach Hause, Winterreifen wieder runter.